Sabot und, äh, ja. Hi, hi, hi. Ein Zeug von Back. Irgendwie sind ungeschlagen bisher. Ja, ist halt echt so, oder? Ja. Ja, nirgends. Echtes, komm schon, ich will dabei sein. Toll. Ich will dabei sein? Was ist gerade passiert? War der Apfel. Das sieht danach aus. Was ein Wichser. War das wirklich abgeliefert oder war das nicht wirklich abgeliefert? Ähm, das hat ziemlich abgeliefert. Das war ja auch ein richtiger Lachen, meinst du? Vielleicht ist er farbenblind. Echt so. Unbehindert. Oh, was am Festleg. Wieder mal so richtig geil. Oh mein Gott, der erste hatte schon ein Ding, bitte. Boah. Ich bleib hinten. Oh, shit. Der geht rein. Der geht rein. Oh, geht da nicht. Jo, alles klar bei dir. Lol, der war halt richtig geil reingegangen, in der nicht im Weg wäre. Macht es ihm Spaß, einfach im Weg zu stehen, dem Penner, ey. Aber ich glaube, der eine ist tatsächlich einfach schlecht. Ja, glaubst du? Der Kaffermagnet ist, glaube ich, einfach nicht schlecht. Oh mein Gott, wir haben da lernt. Ja, ich hab's probiert, okay. Bei einem 2 vs. 3 darf man ja wohl noch rumprobieren. Piss dich, Junge. Boah, Alter. Wir sind gerade hart inkompetent, Mann. Oh, shit. Da kommt das Tor. Oh, shit. Da kommt das Tor. Ach, wie heißen die? Magent. Ich dachte, die heißen Magnet. Lol. Wow. Wow. Wieder mal richtige Leistung, die hier gezeigt wird von uns. Echt, guck mal, wie platziert der war. Wo ist der Torama? Die hatten glaube ich gleich auf den Tee gesucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich hab vorlagegehabt. Ernsthaft? Moment mal. Trantüte. Ich bin die Trantüte. Yay. Wow. Wieder. Oh mein Gott. Ich dachte, beim Ranken kriegt man eigentlich gescheite Gegner. Nun, wir sind unranked. Das heißt, wir kriegen Lappen. Ja, das eine Spiel war schon eigentlich ganz witzig da. Da war es schon relativ ausgeglichen. Aber wir waren die Besseren, weil wir ja gewonnen haben, ne? Ja. Oh Gott. Jetzt, aber jetzt kriegen wir bestimmt voll den Arsch voll. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Ja, da war ich nicht. Mehr war auf mich. Warum hab ich so gehört, dass ich mal wieder... Äh, das ist richtig. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. zum glück wurdest du zerstört mittelfeld passt junge man hätte meinen könig wäre das gewesen ich einfach komplett wieder zurückgeflogen ich musste noch reindrücken sorry ich hätte ihn reingemacht mit der nicht im weg gestanden will ich schön wo ist der fucking war den krieg ich den krieg ich den krieg ich happy ich habe niemanden gerammt ich habe nicht verstanden was du meinst aber egal ich mache ich mal die toren obwohl ich ja schon gedacht habe ich auch fast gedacht ich mag da wäre auch wirklich lol da wollte er mich kaputt machen wieso bin ich schon wieder so hoch geflogen hast du mich gerammt björn björn wo bist du björn 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 das ist hier neue taktik mit dem gegner zu spielen oder was habe ich dich hart weg gekickt hat gute gute vorlage björn 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! So fucking ernst! Oh mein Gott! Wow! Best. Game. Ever. Das war jetzt schon wieder das zweite. Ja. Viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das hier. Oh, ich muss kurz essen.